Hallo Papi. Hallo Kamerafrau. Hallo. Wie geht es heute? Bestens. Okay, it's good. Heute singen wir ein Lied von Woody Guthrie über Gastarbeiter aus Mexiko in Amerika. Da ist ein Flugzeug abgestürzt und 28 Feldarbeiter sind gestorben. Auch der Pilot, der Co-Pilot, ein Mann von der Behörde, von der Einwandererbehörde und die Frau von dem Pilot, der sich als Stewardess angegeben hat für die 28 Bauarbeiter, Feldarbeiter. Diese vier Menschen wurden namentlich ernannt in den Nachtrittenberichte. Herr Pilot so und so, der Co-Pilot so und so. Aber die 28 Feldarbeiter, die 28 Mexikaner, hatten keine Namen. Und das ist auch was passiert ist. Woody Guthrie, der berühmte Volkssänger, hat davon gehört und zusammen mit einem Volksschullehrer aus der Gegend, haben sie dieses Lied geschrieben. Das war in 1948 übrigens. Wahnsinn. Ja, 48. Der Flugzeug war ein DC-3, auch genannt Dakota. Ja, das war eine, aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Bomber. Ja, das auch Passagiermaschine dann in Friedensseiten gemacht worden ist. Der Rest sage ich das alles auf Englisch einmal, aber ich wollte das auch auf Deutsch erzählen. So willkommen bei Live from Home. Ja. Das ist Nummer 6. Ja, für 20, 21. Was ist das für ein Jahr? Ich bin total verwirrt. Das ist ein schönes Lied. Musik The crops are all in and the peaches are rotten. The oranges are packed in their creosotos. Musik They're flying them back to the Mexican border. Save all their money and wait back again. Musik My father's own father, he waded that river. He took all the money made in his life. Musik My brothers and sisters are working through trees. Riding them trucks till they lay down and die. Musik Goodbye to my Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesus y Maria. Musik Musik You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be E-4-T. Some of us are illegal and others not wanted. But I'll work contracts out and it's time to move on. Musik Six hundred miles to the Mexican border. They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. Musik And we died in your hills, and we died in your valleys. We died in the deserts, and we died on the flames. We died beneath your trees, and we died in the bushes. Both sides of the river. We died just the same. Goodbye to my Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be E-4-T. The sky plane went down over Los Gatos Canyon. Fireball of thunder shook all the hills. Who are these dear friends now scattered like dry leaves? The radio said they were just deportees. Is this any way to grow our good orchards? Is this any way we can grow our good fruit? Scatter lie dry leaves upon the topsoil. And be known by no name except E-4-T. Goodbye to my Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be E-4-T. Goodbye to my Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be E-4-T. Cut. Super. 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 Vielen Dank.